hallo hier ist martin von money mankel ist das langsam für mittwoch den zehnten siebten 2024 der dax der war mit scheuklappen unterwegs gewesen vorwärts vorwärts hat er gehört aber er wusste nicht mehr und hat sich nach unten durchgehauen der ein oder andere freut sich bestimmt auch mal zur abwechslung ein bisschen wieder nach unten action ist wobei muss man schon sagen die letzten wochen ja eigentlich für beide seiten immer viel zu haben war sofern man denn hier nicht schon auf einen ausbruch aus war dafür war es sicherlich enttäuschend war jetzt eben wieder in seiner menschen steht wieder in den ganzen spannen der ganzen letzten tage 61 prozent der bewegung 1 60 prozent von der bewegung jetzt nach unten gemacht auch eine interessante stelle hat mich ein bisschen gewundert dass er das hier nicht so richtig angenommen hat und hier eigentlich zur seite rausgelaufen ist aber sprechen wir gleich drüber was wollten wir sehen wir hatten darüber gesprochen mit den höheren hochs höheren tiefs mit dreieck bildung wenn er über die 500 geht haben gesagt ich will auch sehen dass er über die 500 geht 480 500 das sollte drüber um sich eben nach oben die möglichkeit zu geben wieder in die 600 reinzugeben und hat auch gesagt wenn er aber unter schwachwein startet und auch unter die 420 450 hier drunter fällt dass dann auch ein short sogar erlaubt wäre bis zur 380 zumindest das erste mal später dann auch noch zu probieren in die 300 330 rein bei 380 sollte man genau hingucken ob das nicht vielleicht ein bärenfall ist und ich glaube das hat es für den tag ein bisschen schwieriger gemacht für bestimmt den ein oder anderen weil er das ja auch angenommen hat er hat ja die 380 wirklich gut angespielt und bis 465 nach oben gezogen also da war die haben das probiert umzusetzen ja was mir gesagt haben mit der bärenfalle und nach oben raus ist dann umgekippt dass dann einfach keine zugkraft mehr reinkommen und das hat dann den ganzen drastischen tag auch gemacht das ist einfach kein zug mehr reingekommen also auch hier unten so eine schöne stelle also hier wenn man hier eine fibro projektion über das liegt dann kommt man hier bei 161 gerade das ist das match so schön dass das so eine schöne stelle aber jetzt nicht aufhalten also entweder macht das jetzt zum mittwoch direkt gleich von früh an ja dass es sich einfach nach oben rackert und das hier so quasi stehen lässt dann könnte ich mir sehr gut vorstellen dass wir noch mal probieren hier so an die tiefs ranzukommen die 360 hier wo diese bärenfalle tief war am morgen also 360 370 das noch mal ansteuern und dann hätte er platz bis 420 um sich sag ich mal wieder nach unten wegzudrehen dreht er sich in dem bereich dann wieder nach unten 360 bis 420 kann ich leider nicht enger machen dass es das sind die beiden wichtigen ich sag mal short marken jetzt für den mittwoch wenn er denn wirklich um kippen noch mal will sollte er überhaupt das mal in der amt ein gehen ja also wenn wenn er aufdreht zum start ihr seht das ja ja ich muss einfach die szenarien durchsprechen weil ich weiß nicht was von kommt kenne die zukunft nicht möchte aber dass ihr darauf vorbereitet seid egal was kommt ja deswegen klingt das manchmal so wie als erzähle ich hier alles kann passieren ich möchte bloß dass ihr auf jede situation eben vorbereitet zeit und eine situation könnte sein der markt komplett stärker rein als man denkt weil eben hier so einen schönen unterstützungskanz das sind über mehrere instanzen hinweg dreht er einfach auf hätte die chance hier an die 335 reinzulaufen und eben auch 360 und 420 das sind die beiden wichtigsten marken die muss er nach oben wieder umknacken so wie man das gestern gesagt man mit der 500 die muss er nach oben wieder umknacken und dann ist das komplett vergessen dann ist das die aufwärtswelle dass die abwärtswelle dazu dann kommt hier noch mal eine aufwärtswelle die dann über die 700 geführt wird ja von dem ausmaß hier so was das würde der dann noch mal nach oben stecken guckt euch das an auch aufwärtsgelb offen gelassen und so weiter der drückt sich dann einfach weiter nach oben durch wenn er direkt anzieht und nicht hier ob in der 360 und 420 weg verprügelt wird dann hat er die chance hier sogar bis 1800 schon in einem satz durchzuziehen so so wie er das hier kommt und er wird die welle nach oben repliziert ist aber nur möglich wenn hier wirklich zu kraft reinkommt sollte keine zu kraft reinkommen und eine tiefe rein starten hätte nochmal die möglichkeit hier das gäbe zuzumachen bei 180 liegen auch noch mal ein paar fibos und die untere kante wäre auch noch mal eine stelle zum hochdrehen weiß ich aber nicht ob er das hinkriegt weil das die wäre eigentlich besser geeignet hier die stelle wo er jetzt steht ist besser geeignet als dann hier unten nochmal weil das er hat da jetzt einen fehlausbruch dann hat er hier einen größeren fehlausbruch hier noch größeren fehlausbruch liegt doch nahe dass jetzt hier noch eine fettere hässliche dings daneben kommt keine ahnung bis 1880 oder irgendwie so 18 100 1870 dass es sich hier reinparkt und dann von dort erst mal wieder aufdreht also auch wenn man hier sogar noch nicht mal ausschießen kann also sogar komplett unten raus fällt aber da sind wir jetzt bei so vielen sachen die passieren könnte wir sind einfach in der range und in der range ist das dominierende des seitwärts dieses hin und her geschaukelt dieses hin und her und hin und her das sind die ganzen tage auf eine grüne kerze kommt die karte kerze dann kommt wieder eine grüne kerze rote dann mal eine zweite rote dann aber wieder grüne rote grüne rote grüne rote sind wir die ganze zeit und deswegen sollte man sich auf alles vorbereiten und einfach versuchen mit den marken die wir im umfeld haben hier eben zu planen und zu kalkulieren so dass es einem letztendlich total egal dass es fällt oder steigt man probiert sich einfach an den marken zu orientieren und wenn man sehen jetzt geht hier bei 180 auf wissen okay von 180 kann er jetzt erst mal wieder zur 240 und 335 hoch ja so wäre das dann wenn der 180 annimmt kann hoch bis 240 und bis 336 und dann vermute ich aber erst mal wieder einknicken sollte unter die 180 drunter gehen würde ich auch denken dass wir unter die 1880 gehen ja also wenn die channel kant hier aufgegeben wird hat er nach unten erst mal komplett freies fällt wird er wahrscheinlich nicht nutzen aber ich denke wir sollten es erst mal so rangehen ja so könnte man quasi wie traden man könnte so traden dass man sagt okay wenn wir hochdrücken über 240 probiert man vielleicht mal einen long in die erholung rein ja rein in die 335 360 und in die 420 das wäre die option wenn wir aufdrehen sehen wir den eher schwach gucken uns die 180 an ob sich eine reaktion anbietet nimmt der markt die an könnte man die auch long probieren nimmt er die an und kräht die wieder nur so weg wie das hier der fall war und kippt so seitwärts um könnte man mal short probieren eben auf diesen ausbruch aus dem kanal hin rein in die 1880 und einfach noch ein paar punkte mitnehmen und dann ruhig einfach mal einen teilverkauf unten ziehen und den rest liegen lassen für den fall er stürzt dann doch weg so wird ich ran gehen und dann ist es letztendlich egal wo wie was er macht es gibt überall die möglichkeiten sich ein paar punkte rauszunehmen und ich denke das ist das beste was man hier machen kann ja also lasst euch für den nicht verarschen lasst euch nicht vorführen versucht einfach egal was kommt ein bisschen markentreu zu bleiben ein bisschen auch nicht so ihr das das im kopf habt irgendwie was bestimmtes zu wollen sondern den wirklich kommen lasst und dann eben eure chance nutzt und mitgeht und dann dürftet ihr trotzdem ganz gut kommen durchkommen weil was er macht ist die ganze zeit im zeitverzettel bedient ja trotzdem immer wieder den marken kommt immer wieder zu seinen stationen zurück reagiert immer wieder schön schöne tiefs schöne hoch und tippt die auch immer wieder an und da lässt sich auch ein paar punkte mitnehmen gut waren ich mache aus wünsche euch viel erfolg zum mittwoch gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dann tschüss